Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ist da diese Frau? Sie wartet im Dunkeln. Ich sehe sie auch. Jeder von uns wird heimgesucht von diesem Wesen. Mom? Hey, Martin, was ist denn? Haben wir dich geweckt? Was? Vor langer Zeit hatte ich eine Freundin namens Diana. Dann ist ihr etwas ganz Schlimmes zugestoßen. Jeder hat Angst vor der Dunkelheit. Und daraus zieht sie ihre Kraft. Zeigen Sie sich! Mom! Becker? Werden wir jetzt sterben? Nein, wir brauchen mehr Licht. Lass das Licht aus. Tag. Das ist das Licht. Ich bin die Ahnung. Das ist das Licht. Das ist das Licht. Das ist das Schlimmç. Wie ist das denn? Ist das, das wemste? Vielen Dank.